Musik Und der Oberst hat es gerade angekündigt, es gibt was Neues in dieser Kasse. Wir hoffen was Langlebiges und Nachhaltiges. Es gibt den Niederkasseler Jubiläumsmarsch. Den werden Sie gleich live erleben. Das erste Mal, das allererste Mal. Es ist tatsächlich eine Welturaufführung. Das Wort ist schon sehr groß, aber was recht ist, muss recht bleiben. Das Tambokor hat diesen Marsch wirklich sehr lange und ausdauernd eingeprobt. Wir werden unterstützt mit sangeskräftigen Damen und Herren. Sie haben alle den Zettel in der Hand und als der König oder das Königspaar die Idee von dem Marsch hörte, waren die so begeistert, dass die gesagt haben, das ist unser Geschenk an euch für unser schönes Jahr. Liebes Königspaar, Christoph und Iris, herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, Sie haben die Liedtexte in der Hand. Scheuen Sie sich nicht mitzusingen. Ich glaube, wir kriegen ein Zeichen, wann wir denn singen müssen. Das kriegen wir aber alles sehen. Wir müssen jetzt improvisieren. Der Niederkasseler Jubiläumsmarsch. Lieber Günther. Der Niederkasseler Jubiläumsmarsch. Die Liedtexte in der Hand. 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 Die Liedtexte in der Hand.